Okay, das ist drauf. Videotext. Ich glaube, die wachsen noch mal nach. Ja, hoffentlich. Safe. Weil so schön bunt sind wir. Ah, ey! Aha, so sieht das also aus. Komm mit! Eine bleibt stehen, der andere holt sich Gras. Nein, Pferde sind das, Hella. Irgendwie ist das aber schlimmer geworden, der Geruch, seitdem Hella angefangen hat, das abzubüschen. Ach, Alter. Ach, das ist so geil. Du legst. Eins, zwei, drei und hopp. 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 Man ist immer wieder auf sich alleine gestellt hier. Hm. Oha. Pssst. Ruhig. Ruhig. Oh mein Gott. Wie oft das in diesem Video wohl noch passieren wird. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann. Es ist was Schreckliches passiert. Ruhig. Oh, falsches Geschenk. Im Ernst? Das war falsch. Was ist das denn für ein Fail? Ja, es gibt... Nein, er äppelt nicht. Er hat hier nicht ernsthaft reingeäppelt, oder? Nein. Er ist halt wirklich schon rein. Hallo. Warte, Tyler hat unser Restaurant geäppelt. Okay, wir gehen raus. Wir gehen einfach ganz schnell raus. Tschüss, wir kommen wieder. Ja. Und wenn du hier drüber reibst... Oh Gott. Ich dachte, du gehst da. Sorry. Oh nein! Was? Nein! Ihhh! Tom? Das ist doch nur Gras. Ihhh! Ihhh! War doch nicht das Richtige für ihn. Nein, Hela, wir springen nicht über ihn. Doch. Du kannst über ihn rüber springen. Okay. Eins, zwei, drei. Es ist eine Eigenkreation von Carbonara. Heiß! Ja, was ist los mit dir? Oh, ist das heiß. Ich werde sie suchen gehen, hilf mir! Oh nein! Die Pumpe ist nicht da! Die Pumpe ist weg! Was? Du kannst ja nicht lachen. Oh nein! Die Pumpe ist nicht mehr da! Das kann doch... Ich kann nicht... Ich kann nicht einfach nur... Was machen wir denn jetzt? Zum Glück habe ich immer eine Luft... Hopp! Hopp! Wir müssen mehr mit Adrenalin. Okay, eins, zwei, drei und... Hopp! Hopp! Er legt nur die Ohren an. Oh! 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 Scheiße! Gut, dass ihr nicht fangen müsst! Ja! Das war's! Nein, das war's nicht! Jetzt bretst du es auf der Herdplatte! Lacht erst mal, als wäre alles nur noch in Ordnung. Oh, das ist so schön! Wir haben auch gar kein Problem! Wir haben keine Sorgen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr seid so gut! Mathis, du bist einfach der Checker! Hella, was machst du da? Hella, hör auf die Füße! Okay, wir können uns schon alle ganz genau vorstellen, was Hella gleich machen wird! Mit dem Mundfluss! Ja, das ist doch meine neue Aufgabe hier! Leute, nein! Das ist so cool! Das geht irgendwie nicht! Scheiße! Scheiße! Oh! Das Album! Hab ich da auch einfach so nah dran gerochen! Das fragt sich jeder! Ich? Hier mit ihr auch, oder? Ich hebe das jetzt einfach so nah dran gerochen! So wie ich es nie mache! Aber egal! Nein, das klappt nicht! Okay! Geschafft! Und jetzt gleich muss ich schnell... Oh! Bin ich schafft? Jetzt muss ich schnell die Sachen holen! Und sie dann schnell putzen! Aber da... Ich war zu stark! Das ist auch noch nicht passiert! Oh mein Gott! Und Hei... Nee! Oh Mann! Alles gut! Und Hopp! 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 Hast du überhaupt mal mit dem Gehüpeln? Ja! Wie so eine Schafsherde, die du treibst! Keiner springt! Julia! Oh! Leilani, was ist denn dein Problem jetzt? Was? Ich sehe aus wie Thomas Gottschalk! Ich dachte, das wäre ein Bart! Oh mein Gott! Was macht das denn? Der Boden ist Lava, der Boden ist Lava! Was machst du da? Haha! Okay! 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 Ich könnte es einfach nicht mehr erwarten! Au! Das war hart! Das war hart! Ah! Ah! Komm curse dir da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Timm das whilegan! Oh mein Gott! Oh mein Gott! W mayoríackовать! Ha! Ja! Eierkuchen? 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 Jetzt war alles Friede, Freude, Eierkuchen? Egal, wir haben es einmal mit diesem Eierkuchen gut drauf. Das war's. Das war's. See you in 2023.